Hallo und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Es ist noch nie eine Folge rausgekommen, aber wir sind wieder da. We are back, bitches. Letztes Mal gespielt vor 3, 311 Jahren. Ich hatte nur 950 FPS. Wohin gehe ich? Ich habe absolut keine Ahnung. Wo müssen wir denn eine Karte aufmachen? Da hoch. Haben wir noch andere Missionen? Ich glaube momentan nicht. Doch, wir müssen noch einen Audiolog finden. Oha. Da vorne. Dann wollen wir mal. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das hier geht, ne? Schön, ich dachte, ich wäre der Einzige, der es nicht mehr weiß. Ich finde das nächste Audiolog, das stimmt irgendwo da oben. Ja, das ist nur noch driftsig Jahre her. Ja, aber ein Mitachter ist der Leiter. Ich nehme aber die. Hallo. Hallo. Ich bin auch halb tot. Ich hoffe, der Sound ist okay, aber ich glaube nicht. Nice. Radio. Hier ist ein Medi-Pick. Äh, Medi-Dinger. Ein Medi-Dinger. Ein Sofort-Gesundheit. Wo? Achso. Gut. Ich habe auch nur 83 fest. Da, ich bin voll. Oh, ein Schild. Habe ich eigentlich ein Schild? Ja, habe ich. Dann gehen wir mal die Mission ab. Nee. Nicht. Man sieht sich. Mein Captain Knutsch-Gugel. Ja. Äh. Enter. Wer hätte eigentlich das auf Enter? Aber es geht auch mit Leertriff. Ich bin Butt-Use, Rang 1. Wo drin? Wo bin ich eigentlich dieses... Es gibt irgendwie... Was du bist? Spanner ist Rang 1 nur? Ja. Ich bin Rang 30. Jetzt? Du bist gecheatet. Nee. Ja, doch. Muss ja. Ja, dann. Ich mache hier irgendwo... Nein, das wollte ich gar nicht. So, machen wir das noch. Und dann machen wir das. Achso, der Badass-Rang. Nee, da bin ich 53. What? Du cheatest. Was? Boah, warte mal. Ich muss... Ich muss mich mal kurz leiser machen. Sag mal, was willst du? Nun sag einfach, was du willst. Nur, dass du dich wehrst. Die Suche aus. Oder um. Was? 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 Nur, das war keine. Gut. Ich bin so stolz auf dich. Die aktivieren wir die Fähigkeiten nochmal. Warte mal. Warte mal. Ich bin schon eine harte Sau. durchaus das gegner sollen wir stealthen oder die angreifen ich komme nicht hoch so muss eigentlich zusammen machen er soll sich die die ganze Zeit immer so komisch rumgelatscht ist und so keine Ahnung ich glaube schon ich weiß auch nicht mehr das war eine kiste nein ich bin am arsch am boden mein gott hier kommen wir noch mehr kannst du mir gleich helfen ja nee grad das ist schlecht helfe ich nicht überhaupt noch mal ich hab einen getötet krasser Dusch welchen Claptrap was macht Claptrap macht uns die Tür auf ja aber wo kommt der auf einmal her ja von Mexiko scheiße scheiße ich bin da auf den auf das geländer drauf alles scheiße echt alle scheiße ich sollte was klarstellen das Diamantpferd von dem ich dir erzählt habe ist keine Skulptur oder sowas es ist ein lebendiges Pferd nur dass es eben aus weißt du was kann ich nicht mehr nur ein ist das doof ja braves Mädchen ich mag Arschgaule ich mag Arschgaule Arschgaule super immer noch lustig wo ist der denn der sitzt da 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 oben ist der klein oben ist der kleine oh ich bin gleich tot ähm hä wo fliegt meine Granate hin warum läuft der eine in der Luft rum ist der her wo ist der denn der läuft da oben in der Luft ja bei mir liegt der hier bei mir läuft der auch um einer in der Luft rum jetzt zwar gerade gelandet jetzt zwar gerade gelandet ok den kleinen zuerst kaputt machen wir mögen keine kleinen Menschen ok der kleinen ist tot das ist mein Loot das ist mein Loot Anlatt doch schnell nach aller in die Fresse weg äh ok mhm ja tschau was ist das das ruhen Grenade voll voll wie schön die haben der eine da noch fallen lassen ok hat der noch irgendwas interessantes gehabt ne also der hatte so eine Granaten-Mock Idee Untertan an die Kanone schießt das Tor kaputt aber erst wenn ich aus dem Weg bin verstanden oh du schießt das wenn du das Tor jetzt kaputt schießt könnte ich ernsthaft beschädigt werden also lass es ich stehe nur hier um dir den Bereich zu zeigen auf den du schießen sollst wenn ich erst aus dem Weg gehe was ich tun werde sobald ich absolut überzeugt bin dass du meine Anweisungen verstanden hast ich habe so Clip-Trap ich weiß es ist etwas kompliziert willst du in die Kanone was willst du in die Kanone so hier ist noch eine Kiste hinter dir hier oben ah Manni ok mal gucken ob ich ihn töten kann leider nicht gerade verwunderlich ich weiß gar nicht ob sie später auch mehrere da reinziehen kann ähm was macht er denn hier hat einen Schuss auch nicht gehört der Dude verrückt 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 also so oh Gott nein wo ist denn der Zwerg down ach warum haben wir denn so wenig äh Slots das müssen wir uns doch erst kaufen oder nicht wie kann ich denn eine Waffe nochmal droppen äh einfach rausziehen ne äh Kuh ach sehr gut warum haben wir eigentlich noch gar keinen Skinpunkt da weiß auch nicht da weiß auch nicht Tja äh vielleicht habe ich versucht vor dem Schockfrost auf Captain Flint's Chef eine Meuterei anzuzetteln was erklärt warum seine Männer mich im Moment verprügeln stimmt's Leute schnauze ok ok schnauze ok ein Fisch ein Fisch ein Fisch war da ein fucking ganz Aua Marzipahn auf der Landebahn das night langsam bräuchte muni ich werfe mal aus versehen granaten next level ich mache mir ein loop makro das war nur linke monster gedrückt halten im umkreis von 300.000 kilometer werde ich alles looten lohnt sich in dem spiel das nacht lang dauert auch richtig lange finde ich ja stimmt irgendwie so ein bisschen so so Warte! Das war nicht so schwierig. War tot. Du aber auch fast. Ach quatsch. Mir geht spitze. Spitzenklasse. Irgendwo ein Verkaufsautomat. Was ist der hier? Schön hier oben drauf. Nö. Oder unter und wahrscheinlich. Hier ist Munition, ne? Oh ja. Aua. Keine Bewegung. Ich brauche mehr Waffenslots ein. Ist das los? Och. Überall nur Schilde. Boah. Aber die sind meistens scheiße. Skillpunkt. Stimmt. Ich kann auch so einen Token einlösen. Wie macht man das? Inneres Auge. Mhm. Ja gut. Ach genau. Deswegen wollte ich glaube ich diesen Pfad hier wählen. Der ist ganz cool. Kann man denn die Tokens überhaupt noch mal einlösen? Äh. Wie schon. Nehmen wir dann den Token einlösen. Hab kein Token. Was? Kein Token? Hab kein Token. Ups. Ähm. Leer. Skandalös. Solche Spenderorgane bitte in den Behälter. Und holt. Halt. 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 Diese Granaten sind sehr komisch, finde ich. Die müssen ja auch alle da reinrennen, damit sie sterben. Okay. Die Sniper wird nix für die sein, die ist wahrscheinlich richtig kacke, hast du die jetzt mit irgendwie? Schön das, ja. Du hast sie mir in den Weg geworfen. Aber ne, ich mein die da unten lag, diese AK da. Ne, eigentlich nicht. Die ist weg. Scheiße, welch immer hatte ich denn jetzt? Achso, hier, ich hab's doch. Aus Versehen ausgesammelt hier. Sie ist weggefallen. Sie liegt da unten, die Treppe runter. Ich meine. Was war denn das? Das war eine Punkung. Glaube ich. Du und Clappy werdet für immer unsere Lieblingsunteropfer. Da unten liegt die AK. Überlegt es euch. Lasst euch Zeit. Oh, alles voll, voll, voll. Ich brauche mir nicht mehr Platz. Ne, so. Die weg. Die mitnehmen. Ist die überhaupt besser als die andere da? Nein. Nein. Oh Mann, ey. Nein. Oh Mann, ey. Ich hab ein Medikid entdeckt. Ich hab ein Medikid entdeckt. Ich hab kurz ein bisschen da oben kommen. So. 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 Ich hab ihr nicht mehr Platz als ich. ... Erst mal.